Mahlzeit Leute, hier sind wir wieder bei mir auf der Obertal Wollen wir das letzte Mal, wie ihr es schon gesehen habt Ich habe mal schnell geschlafen damit wir loslegen können, bevor ich jetzt nicht eine Abfälle vorspule Oh shit! Ich glaube dann kriegen wir keine 100% mehr, das war dann doch ein Fehler 31%, na könnte knapp werden Lassen wir den Weg weiterfahren So, das war eingestellt alles Lassen wir den Weg mal fahren So, wir können uns jetzt mal gucken über die Felder, mal gucken wie das jetzt aussieht Kann ich jetzt endlich die Mähdeutsche rausfahren? Wenn man halt nicht erwartet Was fragst du? Scheint erntereif zu sein 21, das dauert noch Gehen wir hier unten mal gucken, was er sagt Wenn man noch Wachstum ist Erntereif ist der Hafer Das sieht schon mal gut aus Gucken wir mal, ob man einen Mähdrehscher finden Und dann mal den Verein Den nehmen wir jetzt nicht, ich nehme jetzt den anderen da So, dann nehmen wir So, dann nehmen wir So, dann nehmen wir So, dann nehmen wir das schnell weg oder nehmen wir das Dann müsste auch noch eins liegen Und gleich schnell Karte gucken, hier müsste noch irgendwo eins rumfliegen Da ist noch eins Nehmen wir das Was haben wir denn spät, was wir machen? So, kommt hier ungefähr hin So, einmal ran da So, jetzt muss ich nochmal gucken Wo ist denn, habe ich den Punkt schon hin gehabt oder nicht? Ja Ja Dreschen Feltnummero 23 Ja Ah, hier ist der Start Gucken wir schon, wo habe ich auf der anderen Seite nicht angefangen Ja, egal So, das, das, das So, das, das Ich glaube, müsste es eigentlich gewesen sein Erstmal gucken Dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier reinkommen So, einmal starten Das ist schon mal schlecht Wir brauchen das Strom Das ist schon mal schlecht Das ist schon mal schlecht Schauen wir mal auf So, das ist einfach So Gucken wir mal, ob wir jetzt losfährt Ja, sieht ja schon mal gut aus Unser Hafer läuft Gott sei Dank Gott sei Dank Das ist schon Das ist schon Sieht ja schon mal gut aus Sieht ja schon mal gut aus So Nächste Dann müssen wir mal gucken, wo wir den Abfahren lassen Haben wir den hier noch Dreck rumfliegen Hier Da ist noch was Können wir mal hier gucken Was haben wir denn hier Der Hänger, der kann nicht alles laden Wo ist denn der MN Wo ist denn der MN Ist doch hier irgendwo geparkt Ich weiß aber nicht mehr wo Gucken wir mal, da ist er doch Dann nehmen wir den nochmal Dank ist er noch Der wird ja noch mal Hand geben Ich lebe hier Einer Ich lebe hier Ich bin mal Und ich glaciere Sie haben Warum Ich mache es denn Hesu Jetzt Warte Ich lebe hier Ich lebe mal Ich lebe das Fass Jetzt Ich lebe das Das Warte So, können wir schon mal den... Ne, den wollte ich nicht. Was ist denn der mit dem herrlichen Jean Deere benutzt? Ja, genau. Klammern wir den da dran. Kein Anzeige. Anzeige, auf der Klammern kann dich gerne machen. Die der Klammern wird gespürt. zusammen an, der Rund ist gut. Wir haben hier schonっ. Wir haben hier schon einen Lagen ausgere Prinz und rücken. Wir haben hier Mögel eingreifen. Wir haben hier einen Anzeige. Kaum, Herr Weaver. Lass uns erstmal hier stehen, was sagen denn die anderen Felder, die sind auch erntereif. Ich denke, die werden wir jetzt noch dabei kaufen. Was ist denn da unten das noch? 35, was war denn da drauf? 35, müsste Mais haben wir das? Ne, kein Mais. Na toll, was soll denn da dran sein? Anblumen sind das auch nicht. Hafer? Ja, Hafer bin ich. Und das Heim. Hopfen? Tatsächlich ist Hopfen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. So, einmal das da. Kaufen. Einmal das da. Kaufen. So, haben wir die zwei gekauft. Millionen haben wir noch. Dann. Dann. Jetzt mit dem anderen Mähdrescher. So. Kaufen. Mal einklappen. Lassen wir jetzt mal den Verkauffahrzeug runterjuckeln. Kaufen. Kaufen. So, schonmal rum. Ne, noch nicht. So, warum bin ich nach oben? So, sieht gut aus. So, ist der oben fertig? Oder noch nicht? Ne, noch nicht. Warte, müssen wir jetzt hier. Benötigt Kalk. Okay. Also Kalkstreuer muss man auch bereit machen. Apropos Kalk. Ja, wir müssen mal gucken. Warte denn. Die waren aber noch am Produzieren. Gucken wir den hier. 86.000, oder? Ist das nicht mehr viel? Wie flammt ich denn hier drin? 42.000. Mal gucken, wo ist denn der Wasserlieferant hier? Da ist er. Da ist er. Voll ist er zumindest. Müsst ihr eigentlich Wasser laden? Wasser können wir eigentlich von... Eigentlich direkt losfahren. Ne, ihr seid da Wasser laden. Mal weiter. Ne, jetzt noch mal Stopp. Rück. Wollen wir davor ansetzen? Ich fette wieder im Kreis. Mal gucken, ob es da noch... Müsst ihr eigentlich losfahren? Ja, weiterfahren. Ah, sieht gut aus. Gut, das haben wir auch. So, was sagt der Rest hiervon? 118.000. 184.000. Da war Dünger, glaube ich. In der Ladung Dünger runterfahren. Ja. Wo ist denn der andere M1? Warum stehen denn geparkt? Wollen wir hier noch mal gucken, wie es hier aussieht? 28 Kühe haben wir drin. 28 Kühe. Start. Und die verladen wir jetzt mal schnell. Oh, nicht so schnell. Hier rum. So ist besser. Einmal das. Einmal 28. Start. Was ist? Was ist denn? Ich bin jetzt mal da raus. Ich kann jetzt erstmal hier stehen lassen. Das ist eigentlich Hexenweißbühe, wunderbar, das haben wir schonmal. Jetzt wollt man am Dünger gucken gehen. 84, dann füllt das Heu wieder mal. Sachen der Dünger. Der Overflut ist der rote MAN. Ah, Tizer, wo ich ihn immer hinstelle. Ich bin froh, dass der wenigstens seine Standortpark was hat. So, machen wir da mal Folie. Da kann ich schon was reinfahren. Ja, Gülle und Mist können wir reinfahren. Haben wir ja ein bisschen was. Was da mit dem Wasser fertig ist. Noch einmal voll. Das Ding haben wir hier noch drin. Noch einmal voll. 50.000 Grad gut. 1.000, das ist nicht viel. Kann aber sein, dass ich schon rausgefahren hab. Was sagen denn unsere Hühner? Die haben noch alles. 59.000 Eier. Getreide haben sie noch. 50.000 Eier. Oh, jetzt können das eng werden. Ah ne. Haben Glück gerade. 50.000 Eier. 100.000 Eier. 50.000 Eier. Oh ja, das muss ich mal runter. Ja, der MB-Tol ist fertig. Oh, die Bäume sind gewachsen, ich glaub's ja nicht. Ich muss auch immer reinschmeißen. Bauen wir den noch wieder zurück. Ich muss auch immer reinschmeißen. Ich muss auch immer reinschmeißen. Bei dem, was ich mitnehmen kann. Gucken wie voll der ist. Ich bin schon stolz. Ich bin schon stolz. Das ist doch eine schlechte Ernte. Jetzt fahren wir den wieder zurück auf den Standardplatz. Jetzt gehen wir schnell den MB-Druck oben ab. Einmal abklicken, genau. Die können wir raus tun. So, dann fahren wir jetzt auch nach Hause. Die kann ich unten stehen. Jetzt fahren wir jetzt noch mal. 66. Jetzt muss ich noch mal zum Düngen kommen. Vielleicht sind die Rechte schon mit? Erstmal auskloppen. Ja, ist ja gut. Ja, jetzt fährt er noch mal rund. Was ist denn dann hier? Vielleicht müsste das Jahrhundert sein. Dann lassen wir noch mal rund fahren. Zweimal im Kreis fahren. Dann hat er ja schon noch den Rest noch nicht. Düngenfeld Nummer 16. Düngenfeld Nummer 16. Dann lassen wir ihn noch mal rund machen. Dann haben wir die wenigstens 100%. Der Vorgelwände. Jetzt gucken wir mal, ob der andere unten angekommen ist. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ach, das ist Raffinerie. Hä? Da wollte ich schon. Aussteigen. Den verkaufen wir jetzt. Ich kann mal was dran tun. Mal reparieren. Und nur 3.000. Tatsächlich kostet sich 3.000 mehr. Ach, hat er vorbezahlt. Na toll. Einmal 9 kaufen. Oh, der kostet ja nur 100.000. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hm, ich gebe den nicht als normalen. Standard. Standard. Standard Breitreifen. So ist wunderbar. Enddesign. Was haben wir denn noch hier? MF Challenger. End. Okay, dann lassen wir ihn End. So. Kaufen. So hat er jetzt 160.000 gekostet. Keine Ahnung. Jetzt fahren wir den für den untersten Felder hin. Dann sind wir 33. Dann können wir einen runter schicken. Und das Schneidwerk. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir jetzt rechts fahren. Muss das da vorne irgendwo sein? Noch schon wieder geblitzt worden. Und das mit dem Mähdrescher. Kann ich noch gar nicht. Da hätte man mich auch vorbeigekommen. Was braucht man denn hier? Mal gucken, ob wir einen kleinen haben, der bestimmt hier durch die Schneidwerk schnell runterfahren kann. Dann ist der verkehrt. Da wollte ich nicht hin. Ich kann immer einen Traktor haben. Aber gut. Nehmen wir den Unimog. Der ist auch gut. Und der ist gut. Und der ist gut. Und der ist gut. Das ist schon cool, der Ding. Das war's für heute. Dann holen wir das Ding schnell runter. Was ist das eigentlich von wo links geht? Da ist der Händler. Ah, hier müssen wir links. Wo ist der blöde Witze denn hier? Ach da. Ah, jetzt habe ich mir gemerkt. Wo ist er denn hier? Eine Schule. Jetzt werden wir den einmal anhängen. Den einmal aus Seite fahren. Am besten 100m, das schon nachher wieder da rankommt. Schlimmert hier vorne hin. So, das müsste passen. Gut, dann gehen wir den auch schnell hin. Anhänger holen. Jetzt habe ich mir vergessen. 2.500€. Was für ein Bucher. So, wir wollen mal gucken hier. Ich glaube der war hier dran. Standardlaufen holen wir nicht. Auch nicht. Holen, auf, brennen und her. Breitreifen draus. Wesen, 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 manuell, automatisch. Speziallackierung. Brot, Kelp, Tau, Tau, Tau. Gar nichts. Na gut, mach mal Standard. Das ist ja Standard, ja. Schwarz. Blau? Nein. Ne, genau nicht. Schwarz. Planfarbe. Rot. Äh, nein. Grau. Wer hat er jetzt? Der kann. Das werde ich doch noch verkaufen. So. 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 Dann fahren wir wieder zurück. Jetzt fahr ich aber nicht mehr so schnell los. So. Dann packen wir den jetzt mal hier. So. Wenn wir den mal auf Position fahren. Noch einmal das. Wir müssen jetzt. Arbeitsmodus. Großgenerierung. Wir müssen Feld 33 haben. 33. rundherum. Zwei Bahnen. Scharf. Sicherheit. Generieren. Zurück. Wie schon da. Rechen. F 31 war das. Ja, stimmt. So. Fangen wir mal ein Stück zurück. So. Den lassen wir jetzt hier stehen. Weil jetzt nämlich gerade die Folge ist so wie erledigt. Schon wieder. Und gerade da oben den nochmal gucken. Was er sagt. 41.000. Und. Okay. Werden wir den jetzt mal hier anhalten. So. Dann würde ich sagen. Dann sehen wir es das nächste Mal. Wenn das wieder heißt. Neueser Sobertal. Ciao, ciao.